Ich möchte euch herzlich begrüßen. Wir sind von der Ballakademie aus Bayern aus der Stadt Weiden angereist, um mit euch heute zwei tolle Sportstunden zu haben. Also einer, das ist bei uns jetzt der Zauberer, der darf die anderen abschlagen. Dann müssen die sich so hinstellen wie bei euch auch. Ja, aber jetzt krabbeln wir nicht durch, sondern jetzt schießen wir unseren Ball durch als Tor. Und dann sind wir wieder frei, dann dürfen wir wieder mitspielen. So heißt Ruhe bei mir, okay? Das heißt Ruhe. Okay, jetzt aufstehen und ich werfe den Ball hoch und jetzt geht's los. Ja, der hat gewonnen. Jawohl. Super. Oh, nur zu fest. Auf die Plätze. Fertig. Los. Komm, werfen, 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 werfen. Ich möchte mit ABC von allen Ballsportarten lernen. Das Geniale an diesem Konzept ist, dass die Kinder die Technik, die Taktik, die mentale Komponente und das soziale Bereich von der Picke aus lernen. Und das finde ich für alle Ballsportarten, diese Basis von der Pyramide, sehr, sehr wichtig, damit man Sport in einer natürlichen Art und Weise, also wie uns die Natur zeigt, gelernt wird. Mit viel Spaß bei der Sache. Fertig. Nooo! 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 Nooo!